Das geht raus und alle Infokrieger, vielen Dank und für die Sieger des Internet. Mainstream Population 2, 2017 von Valet. Das geht raus und alle Infokrieger, vielen Dank und für die Sieger des Internet. Hey, wir nehmen uns die Macht, Mainstream hatte ausgequatscht. Wir zogen in die Schlacht und Brenn-TV wurde aufgeklatscht. Das geht raus und alle Infokrieger, vielen Dank und für die Sieger des Internet. Was, wenn wir waschen, was, wie kontrolliert, trat es aus der Masse und wurde es neu sortiert. Das geht raus und alle Infokrieger, vielen Dank und für die Sieger des Internet. Die Zeit war jetzt, der Ort war hier, sie waren und die Schütz, wir hatten nichts zu verlieren. Das geht raus und alle Infokrieger, vielen Dank und für die Sieger des Internet. Pracht'nichts, keine Bilder, bürgst du oder? Pracht'nichts, keine Glamour, Geldreporter. Pracht'nichts, Flur in deinem Wasser. Pracht'nichts, Kopy hat Krieg, war krasser. Das geht raus und alle Infokrieger, vielen Dank und für die Sieger des Internet. Anonyme Blogs, spontane Aktionen, werden die Täuscher nie wieder schonen. Komm jetzt Krieger, steig bei uns rein, die Reise der Sieger des Internet. Das geht raus und alle Infokrieger, vielen Dank und für die Sieger des Internet. Alleine die Lügner online zu jagen, wird die Pläne vielleicht noch nicht schlagen. Komm jetzt zu uns in die Organisät, das war die Stunde für uns, was war's zu spät. Mit Wassern gewaschen, wurde es gleich geformt, trat es aus der Masse und wurde es neu geboren. Wassern gewaschen, war es gleich geformt, trat es aus der Masse und wurde es neu geboren. Das geht raus und alle Infokrieger, vielen Dank und für die Sieger des Internet, das machen wir immer, immer wieder. Das geht raus und alle Infokrieger, vielen Dank und für die Sieger des Internet. Zusammen stehen wir wie ein Mann, wir sind viele wie ein Schwarm. Schwert der Wahrheit in unserer Hand. Wie schon gewinnen ist lange verkündet, die haben sich schon seit Jahrhunderten verbündet. Wahrheit verweigern, heißt jetzt schon verloren, doch nicht mit uns, wenn die Schlacht sind wir geformt. Das neue Zeitalter, wir gehen ganz nach vorn. Das geht raus und alle Infokrieger, vielen Dank und für die Sieger des Internet. TV hatte ausgelacht, das Internet hat den Punkt gemacht und nackt euch das forevermore. Wir machen täglich ein Tor. Das war ein Stimmeffekt, es soll heißen, Tor nicht tot. Die Bundeswahl hat die BRD wieder gewonnen und die aktuelle Losung lautet Internet und Wahrheit. Internet, Internet, Internet.